Hallo, hier ist der Baikal, die Ungerwäß. War mal oben bis oben am Schloss Stolberg, herrlich. Aber eine schöne Aussicht hat man von hier oben, auf den Ort Stolberg. So, jetzt war ich mal wieder in der Mitte. Herrlich war das. Das hat man auch sehr selten, dass man so bis dran fahren kann, sogar am Parkplatz da oben. Untertitelung des ZDF, 2020 Hörlisch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich dachte, die filmen richtig gut hier. Mit den ganzen alten Fachwerkhäuschen. Herrlich. Das ist ein normaler richtig schöner Schuss. Wie schön grubbe Ski hier. Ich frage mich, wie das da drin war bei dem einen Häuschen. Ich frage mich, wie es da drin war. 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 Seniorenresidenz Stolbisch. Kleines Moppet. Ich frage mich, wie es da drin war. 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 Rottleberode Alles kleine Kastanienbäume hier zwischen. Ich habe hier fast jeden Morgen so einen Teich, so einen kleinen See. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 10% Steigung wählen wir jetzt 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020